Hallo, da der Regen Münster eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist, konnte uns das Wetter davon nicht abhalten, unsere Frage des Tages zu stellen. Heute beschlossen wir, unsere TV-Heimat vorzustellen. Jeden Tag geht eine von uns in die Stadt, um ihre Meinungen zu sammeln. Aber heute machen wir es andersrum und fragen unsere Kollegen. Los geht's! Ich sitze hier, das ist mein Arbeitsplatz und ich fühle mich hier so ein bisschen wie in so einem Cockpit. Hier ist alles gut angeordnet, genauso wie ich es brauche. Meine Sachen kann ich da irgendwie prima rausholen. Und gleichzeitig kriege ich auch mit, was hier im Raum passiert. Also wenn die anderen Medientrainer schneiden oder sich unterhalten, ich bin nicht ganz alleine und deswegen gefällt es mir hier sehr gut. Ich mag am liebsten den Saal, weil wir da immer so schöne Sendungen produzieren und die Senderegie, weil da immer ein frischer Wind weht. Also ich finde den Schneideraum am schönsten, weil hier die Leute echt cool sind und weil man hier auch mehr machen kann als nur arbeiten. Mein Lieblingsplatz ist im Café auf der Terrasse, also jedenfalls wenn die Sonne scheint, weil man da so einen schönen Ausblick hat und einen schönen Kaffee trinken kann. Mein Lieblingsplatz im Bennohaus ist die Empore. Da kann man gemütlich sitzen, was essen und sich unterhalten. Das ist angenehm. Mein Lieblingsplatz im Bennohaus ist auf der Terrasse, wenn die Sonne scheint. Die Empore, weil man da schön entspannt und ungestört sitzen kann. Das war eine kleine Runde im Bennohaus, jetzt stehen wir auf der Terrasse. Das Wetter sieht nicht so gut aus, es nieselt noch ein bisschen. Das nächste Mal sind wir wieder in der Stadt. Bis dann.